Hi Leute, ich bin der Pili und willkommen zu einem neuen, ja, Let's Show, Let's Play. Mal gucken, was daraus wird. Wir wissen selber noch nicht ganz so genau, was wir hier gerade spielen. Mit dabei ist wieder der DS-Kojote, der David. Hi David. Hallo, Pili. Wir spielen Arcshot. Das hat mir der David eben empfohlen. Also wenn es totaler Mist ist, ist er es schuld. Das könnt ihr dem dann gerne schreiben. Ansonsten, ich weiß nicht, worum es geht. Wir werden uns gleich wahrscheinlich mit Pfeilen und Bogen bekämpfen. Sehe ich das richtig, David? Sieht so aus. Oh mein Gott, das Match geht auch schon los. Ich ziehe es runter. Was? Was? Verdammt, ich wollte doch noch den Boner nehmen. So, dann laufen wir. Es ist irgendwie ein Arena-Shooter und wir... Genau. Ich weiß nicht, hier habe ich schon einen Glitch. Oh nee, das ist einfach nur die Pyramide. Ich dachte, das wäre hier so ein Loch. Ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Wir killen uns jetzt gegenseitig wahrscheinlich. Richtig. Mit der Pfeil und Bogen. Ich sehe hier gar nichts. Wie hoch geht denn die Pyramide? Aber willst du schon Pfeile am Schießen? Ich habe eben schon geschossen, ja. Hier kamen gerade zwei Pfeile am mir vorbeigeflogen. Boah, klar. Okay, muss ich spielen. Okay. Aber wieso sehe ich dich nur um so? Versteckst du dich? Ja, ich bin in der Pyramide drin. Ah, da. Was hast du da für ein Pfeil? Ich habe gerade Items aufgenommen. Ich sehe es. Wuh. Da habe ich den David einmal erwischt. Also ein Treffer ist dann auch direkt tot. Ja, was haben wir hier? Batman. Okay. Ich weiß so nicht, was es heißt. Oh. Pfeile können auch ausgehen und du musst dann auch wieder aufsammeln. Ja, genau. Gerade kam so ein Pfeil runter. Neben mir direkt. Hast du den einfach in die Luft geschossen, ne? Nee. So, der Pfeil heißt... Ich bin nicht... Ach, du kannst doch die Pfeile aufsammeln. Oh. Auf nächster Nähe und ich treffe dich. Oh nein, ich habe keinen Pfeil mehr. Gibt's... Nein. Gibt's doch. Ach, ich hatte keine Power mehr. Ja, genau. Ach ja. Power verbraucht alles. Durchs Rennen verbrauchst du Power. Ja, okay, ich seh's. Durchs Schießen verbrauchst du Power. Ich seh's. So, man sieht doch überhaupt nicht, wo der andere ist. Es ist keine Minimap oder so. Gut, die Karte ist ja nicht groß. Es gibt vier Gänge in der... Jetzt habe ich noch ne Waffe, die nennt sich jetzt Kaffee. Ah, ne, ich habe Kaffee aufgesammelt, jetzt bin ich super schnell. Ja. Passt doch. Kaffee, kein Waffe. Also das Spiel macht bestimmt auf alle Fälle Bock, wenn du mit ein paar Leuten spielst. Aber nicht mit Miro. Hä? Aber nicht mit mir. So, jetzt haben wir hier noch irgendeine Waffe aufgesammelt, irgendeinen Pfeil. Was der macht, weiß ich auch nicht. Wie lange das Kaffee hält, weiß ich auch nicht. Ach doch, da oben steht. Sechs Sekunden noch. Und ich bin Batman. Hör dich, irgendwo bist du. Hier war Schritte. Bist du wieder auf der Pyramide, oder? Nein. Nein. Dann bin ich jetzt auch Batman. Was, was das bedeutet. Tatsache. Mit Erdschirm. Cool. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Und mit Batman hast du sogar mehrere. Okay, also wenn man schleicht, regeneriert man auch wieder Power. Ich kann schleichen. Aber du schießt doch, oder nicht? Nein, ich schieß nicht. Hä, wer schießt denn hier? Kommt da die ganze Zeit? Ach, kann sein, dass einfach random Pfeile von oben runterkommen? Das kann auch sein. Das war nämlich im... Bist du das? Nee, jetzt bin ich das. Was hast du denn da aufgesammelt? Oh, ich habe aber dein Schild weggemacht. Genau, du hast mein Schild getroffen. Ich bin einmal unverrückbar gewesen. Vor allem warst du Batman. Ja, und damit konnte ich das Schild... Oh. Hast du auch viel zu lasch geschossen gerade? Ja, ich habe mich total erschreckt und habe einfach losgelassen. Also quasi so einmal leicht schießen gedrückt. Es ist schade, dass wir dann scheinbar den Schuss... Oh, was ist das denn? Eine Rauchbombe. Kannst du ja durchlaufen. Schon, ja. Ja, richtig so. Jetzt habe ich auch keine Pfeile mehr. Mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Okay, habe ich irgendwas aufgesammelt. Keine Ahnung, was das macht. Aber das waren wahrscheinlich deine Rauchpfeile. Ja, wo Poof steht, das sind Rauchpfeile. Also das Spiel hat durchaus Potenzial. Ja. Bin mal gespannt, wie lang die Runde... Ach, Score Limit 16. Ach du Gott. Hier kommen die ganze Zeit Pfeile runter, wenn man irgendwo herläuft. Ich glaube, das ist so ein Anti-Camping-Ding oder sowas. Vermutte ich mal. Boah. Bist du gerade an der Decke? Ja. War das ein Klon von dir? Nein, das war ich. Durch den Rauch erwischte mich und da steht es Gleichstand. Echter Profi. Ja klar, Helmer. Ich habe erst meinen Klon gesetzt. Ja klar. Klon, krass. Ich meine, an der Decke war halt etwas merkwürdig. Etwas irritierend ist, dass der Hintergrund, der Map, auf der einen Seite die Pyramide genauso aussieht wie die Pyramide und du nicht weißt, wo du gerade hin sollst. Ja. Das fand ich auch sehr verworrend. Der Blooming-Effekt ist sehr stark. Das sind irgendwie so Kleinigkeiten, die dann doch nicht so perfekt sind hier. Ja. Aber gut, das ist eine von was? 32 Map? Ich behaupte mal, dass er sich bewegt ist du und das andere ist der Klon. Nein, der Klon bewegt sich. Och, komm her. Ja. Boah. Ich sitze zwei Meter davor. Oh, da bist du ja direkt wieder. Ich bin immer noch der, der da steht. Ja, klar. Verdammt, das habe ich auch keine Pfeile mehr. Oh. Ich habe auch keinen Pfeil mehr. Nein, Mist, ich hatte keinen Pfeil mehr. Da dachte ich, da springe ich mal besser direkt neben dich. Sicher ist sicher. Boah. Da habe ich mal Glück gehabt. Oh, was ist das denn hier? Hast du gerade doppelt Pute bekommen? Ich habe auch. Das ist gut. Oh, ich habe keine Kraft mehr. Ich muss raus hier. Warte auf mich zu schießen. Ich habe keine Pfeile mehr, keine Sorge. Kannst ruhig herkommen. Oh. Ich habe keine Energie mehr. Hey, warum habe ich jetzt sieben Punkte? Ich habe eben auch... Du warst gerade zu mini klein. Ich habe mich ge-ge-ge-croucht, gebückt. Ach so. Das sah gerade so aus, als ob ich so... ...platt am Boden wär's. Was sind das denn hier für Pfeile? Hä? Ach, das sind diese Pfeile. Ich tue dich absolut verwirren hier. Ja. Ich habe jetzt aber auch zwei Punkte bekommen, ja? Ja, es waren eben zwei Punkte. Vielleicht ist es so eine Art... ...wenn das Match zu lange dauert von den Punkten, weil das ist dann zwei. Ach so meinst du. Ich weiß es nicht. Wir sind zu schlecht, weil sie haben gesagt, komm, wir geben ein bisschen Start-Hilfe. Ja, wahrscheinlich. Doppelte Punktzahl. Dann zocken wir ewig noch da, weil es gibt ja scheinbar wirklich nur die Score-Begrenzung. Ey, wie viele Klone hast du gemacht? Äh, eins, zwei... Drei hab ich jetzt schon mal gesehen. Headshot! Ah! Oh, da fliegt er wie Batman. Aber das verbraucht seine Energie. Stimmt, scheiße. Aber das Spiel ist cool, so ohne Fadenkreuz. Ist echt mal was anderes. Ja. Also ist nicht so... Echt was können, ne? Das ist halt echt das Skill, ne? Das ist halt meine Realm of the Midgard-Erfahrung. Da versucht er zu campen da oben. Oh, ach, das ist dieses Ding, das du eben schon mal hattest, ne? Ja. Boah, das ist doch scheiße. Da kann ich ja gar nichts tun. Jetzt habe ich noch keine Pfeile mehr. Aber du aber auch nicht. Ja, auch nicht. Ah, Mist. Oh, das Schild ist weg. Pass auf. Das ist echt so. Also ich bin gerade einen Schritt rausgegangen, kommt direkt ein Pfeil vom Himmel runtergeflogen. Mir kommt dann echt, wenn man draußen ist. Wahrscheinlich halt einfach, damit die Pfeile nicht ausgehen und man halt gleichzeitig auch irgendwie nicht rumcampt. Aber das Spiel macht mir auf alle Fälle Spaß. Das können wir nicht mal öfter spielen. Wir müssen noch ein paar Leute überreden, das auch zu holen. Ich glaube, bei 2,50 Euro jetzt im Angebot. Just saying. Ja, aber das ist auch, glaube ich, nur noch morgen, das Angebot, ne? Genau, nur noch bis morgen. Dann musst du das jetzt aber auch ganz schön hochladen. Oh, das gibt's doch schon wieder keine Pfeile mehr. Ich klopfe dich einfach hoch. Es könnten nur ein paar mehr besondere Pfeile sein. Ich habe eben gelesen, das geht noch ein bisschen was. Warum glitzere ich denn jetzt so? Weil ich vielleicht noch drei Abschlüsse habe. Ich leuchte irgendwie. Ich habe so Sterne um mich drum herum. Ja, weil die einzigen Items, die ich ausgesehen habe, waren Kaffee, Batman, Schild und diese Puff-Pfeile. Ja, okay, gut, da ist noch die Klone. Die Klone, ja. Ich war über dir. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ach Gott, ich bin so schlecht in solchen Spielen. Oh, da ist noch irgendwas. Puff-Pfeile, was ist das? Ja, das ist das, wo Rauchwolken entstehen. Oh mein Gott, ich schieße auch noch daneben. Du stehst einfach gerade an der Wand. Ja, würde ich sagen. Auf alle Fälle hat es Spaß gemacht. Spielen wir noch eine Runde, oder was das? Ja, ich würde schon sagen. Ja, ich kann hier die Map wählen, also 16 Sekunden. Ich habe jetzt mal Random, würde ich sagen. Oder ich würde sagen, wir spielen noch ein Spieler, holen Sie mal eine andere. Bridges, Dark Forest. Spicy Tower. Ach so, es geht jetzt direkt, direkt weit. Ach so, jetzt kommen wir nochmal, wir kommen jetzt nochmal hier hin. Ah ja, 50 Minuten, okay, jetzt kann ich Bow aussuchen. Du kannst auch taunten, du kannst ja einen aussuchen, aber ich weiß nicht, wie man den aktiviert. So, jetzt nehmen wir auf alle Fälle den Bow nach. Und als Maske muss natürlich das Alien. Oh, cool. Also man kann richtig noch so ein bisschen was auswählen, das finde ich ganz cool. Vielleicht kann man was freischalten. Gut, ich nehme Armausbogen. Und ich bin der Mystery Man. Shoes Town, Penis. Ja, das hat definitiv. Ich weiß nicht, was es kann, aber wenn es den Penis gibt, dann muss es der Penis sein. So, dann bin ich mal ready. Äh, ja, Karte kann ich jetzt nicht mehr auswählen. Naja, schon mal. Es ist jetzt, sieht sehr nach Spicy Towers aus. Oh! Hat es gegenseitig gedötet. Ah, kriege ich aber auch keinen anderen Punkt. Ah, Moment. Vielleicht ist das Ding? Oh, ich glaube, wir spielen gerade Capture the Flag, kann das sein? Oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dir das hinbringen muss. Nein, geh weg! Oh, okay, das ist irgendwie doof. Weil, ähm, wir nicht schießen können. Während man... Flex, Gott. Ah, man muss das einfach an einen random Punkt, der auftaucht, hinbringen. Oh Gott. Oh nein. Wir betteln uns hier einfach. Ein bisschen ruckelt. Hast du mich gerade wirklich mit dem Rauchfall angeschossen? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nichts mehr. Ey, ich habe gar keinen Pfeil mehr. Und jetzt hast du auch noch das... Ah, man kann dafür aber nicht... Doch, man kann nicht rennen dabei. Aber man kann... Und wo muss die Flagge hin? Da auf dieses komisch leuchtende Ding, oder was? Genau. Jetzt hast du mich wahrscheinlich schon gesehen, denkst. Aber ich kann dich ablecken mit meinem Rauchfall. So, jetzt weißt du nicht, wo ich bin. Doch, da. Oh, verdammt. Nein. Hä, wie hast du den weggeworfen? Wie geht das? Das ist die Flagge? Ja. Keine Ahnung. Hä, du hast die gerade aufgenommen und weggeworfen, oder? Ach so, das kann sein, ja. Nee, Quatsch, dann würde ich ja sterben. Gottabend. Aber wieso habe ich eben nicht gescored? Ah, Destination Move. Ja, das kriegst du, wir scoren nur durch die, äh, durch die Flag. Ja, aber ich habe eben die Flag abgegeben. Okay, Hedgehog. Killshot. Verdammt, ich heiße wieder Bogen. Ich habe einen richtigen Namen angegeben. Ja, du kriegst jetzt direkt... Hä, verstehe ich nicht. Oh, Mann. So, jetzt ist die Flagge wieder am Anfang. Okay. Ja, das ist aber cool. Also auch eine andere Art des Capture Flags, weil es halt... Verdammt. Ich hoffe, dass es dich erschreckt. Dafür, dass wir Fernkampfwaffen haben, hocken wir ziemlich nah beieinander, bis wir uns treffen. Ja. Nein, geh weg. Oh, ich... Super Zeit. Aber gut, das macht ja nichts. Gib dir keine Abziehung. Nee, ist wahrscheinlich die Destination wirklich in dem Moment weg, als du... Ach, unsichtbar. Trinkt mit der Flagge halt nicht so viel. Ach, das war ich unsichtbar. Immer noch unsichtbar, okay. Ja. Destination. Mann, 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 Mann. Hä? Ach, das war mein Schatten. Ich hab doch schon einen eigenen Schatten geschossen. Okay, aber es gibt nur fünf Punkte. Nein, ich will die Flagge nicht. Man ist halt echt langsam dann. Man kann zwar rennen, aber da ist man eigentlich gerade so schnell, wie wenn man normal laufen würde. Oh, ich... Oh, der springt zu langsam. Nein, wieso ist die Destination weg? Wo ist er, wo ist er? Wo ist die Destination? Boah, der hat sich weggeduckt. War nicht mit mir. Ich hab keine Power mehr verletzt. Ich kann nichts mehr machen. Okay, aber egal. Ja, wo ist jetzt die Destination? Boah. Oh nein. Ah, er hat die Flagge aufgenommen. Oh Gott. Nein! Wir sind so gut. Wieso verschwindet ihr denn die ganze Zeit? Ach, ja zum Glück, jetzt riech ich, jetzt riech ich wenigstens wieder Pfeile. Wo ist denn jetzt die Flagge hin? Ja, die hab ich gut versteckt. Oh. Hä, ich guck grad nicht schießen. Ich hab schon wieder keine Pfeile gehabt. Oh mein Gott, es gibt viel zu wenig Pfeile. Geh weg. Verdammt. Ja, das ist aber auch echt schwer hier, die, die, die drei Meter dann hier zu kommen. Oh Gott. Sie hast dir die, sie hast dir die Flagge hier liegen lassen. Ich weiß auch nicht. Jetzt ist die Flagge weg. Was ist das denn? Ein Super Pfeil. Mist. Super Pfeil? Ach, den nehm ich mal. Die, die, die fliegen irgendwie noch über die Karte. Oh Mist. Oh, weiter kurz. Ach, scheiße. So, jetzt. Oh Gott, was gibt's? Ich muss eigentlich nur schießen, weil ich immer in dein Gesicht reinlaufe. Muss ich mich aufhören. Wo bist du? Flagge. Hä? Ach, nein. Ach, hör auf zu springen. Ach, gut, dass du die Flagge aufgerufen hast. Ja, in dem Moment, wo man die Flagge aufnimmt, kann man auch nicht schießen, kann das sein? Das braucht ein bisschen. Ja, genau, bis du die wieder ablegen kannst, ja. Oh, Mist. Was du willst, ist halt jedes Mal, wenn du die Flagge verlierst, auch das Ding verschwindet. Ja, ernsthaft. Obwohl, nee. Jetzt kann nichts weiterlaufen hier. Jetzt kommt drauf an, wenn wir rechtzeitig hinkommen. Oh nein, 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 nein. Flex, Gott. Jetzt hast du natürlich hier direkt die nächste Flagge. Oh Gott, ich bin durch den, dank dem Rauch. Taktischer Rauch, nicht schlecht bin ich in die Narbebein. Echt? Da denkt er, ich komme da, aber da komme ich von hinten. Ich glaube, ich muss tatsächlich die Grafik unterstellen. Das ruckelt tatsächlich ein bisschen. Echt? Ruckelt's bei dir, ja? Ja, die Partikeleffekte oder so. Keine Ahnung. Ich schaffe mir Rechnung. Ach, Mist. Oh Gott. Die Location hat eh gerade geändert. Aber ansonsten läuft es außerordentlich, ähm, wie nennt man das, so halb flüssig, ja? Also ist es jetzt nicht irgendwie so, dass man, dass es nervig läuft oder so? Das geht nicht. Ja, das stimmt. Jetzt hoffen, dass es hier ist. Ach Gott, ich wollte es nicht machen. Nein, ach Mann. Mal erst mal Flagge verstecken. Flagge verstecken. Nein, ich will die Flagge nicht. Oh, ich hatte dich getroffen. Ah, Mist. Wie er in der Ecke kämpft. Was? Wieso? Ach so, wenn man stehen bleibt, dann jetzt check ich's. Dann legt man's automatisch ab. Ach. Die Lava gelaufen. Oh Gott, das Spiel wird niemals enden. Nee, irgendwie nicht. Oh Gott. Jetzt landet er genau neben mir. Hilfe. Ach komm. Vor allem echt. Ich auf diesen schmalen Dings, da nicht getroffen zu werden. Na. Ach man kann gar nicht schießen, man legt deswegen. Jetzt check ich's. Man kann gar nicht schießen, wenn man die Flagge hat. Man legt die ab und mal versucht zu schießen. Ja, ja, genau. Okay, das ist ein bisschen echt hart. Nein! Ich will sie nicht! Oh Gott sei Dank, da gibt's keine Punkte fürs Töten. Ich leise einfach so lange hier, bis die Flanglocation wieder hinkommt. Mist. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Schliess aber tatsächlich gar keine Röte-Tumäge. Wo ist der denn? Bis der mal gezogen hat. Ach, voll in den Kopf geschossen. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Jetzt brauch ich einen Lucky Shot. Ah, Mist. Oh mein Gott, das war knapp. Ich bin gegen das Ding gelaufen. Okay, ich würde sagen, Deathmatch. Ich meine, Catch-up-the-Flag ist zu zweit irgendwie witzlos. Ah, guck mal, ich glaube, du hast auch direkt jetzt zwei Punkte schon wieder bekommen, ne? Stimmt, du hast aber auch einen Pokorums. Eben stand so noch 2-2, oder nicht? Ne, 3-2. Ach Gott. Hä? Du hast ja jetzt die Flagge in der Hand. Ja, ich hab's so direkt, nachdem ich abgeschossen hab, hatte ich sie in der Hand. Ja. Da springt man. Lauf, Forrest, lauf! Nein, nein, nein! Es war gerade am verschwinden, hast du das gesehen? Ja. Punkte sind kumulativ, oder so, aber du hast jetzt gewonnen. Ja, ich glaube, nach einer gewissen Zeit geht das in so ein Deathmatch, oder so, und dann kriegt man zwei Punkte, also das ist einfach die doppelte Menge. Das statt jetzt aber plus 1 oben links einfach. Ja, ja, aber ich hab zwei dazu bekommen. Krass. Also irgendwie komisch, keine Ahnung. Ja, David, hat Spaß gemacht, ja? Zwei Runden Arc Shot mit dir. Also für so ein kleines Spielchen, echt lustig. Vielleicht können wir ja noch ein paar andere Leute dafür begeistern, gerade wo es so günstig ist. Also wenn ihr das Video sieht und es dann noch so günstig ist, schlagt zu, ja? Das find's super witzig. Macht Bock. Ihr könnt den Boner nehmen als Bogen, was will man mehr? Als taunt den Penis. Das reicht doch. Besser geht es nicht. Okay, David, dann wir sehen uns beim nächsten Mal, ja? Dann spielen wir irgendwie nochmal eine Runde, vielleicht mal mit 2 gegen 2, wenn wir den finden. Ansonsten schön, dass du wieder mit dabei warst und ich sag an der Stelle auf Wiedersehen. Macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.